Hallo und herzlich willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann, aka Herr Raumwelle und ich begrüße den lieben Herrn Notstrom. Hallo Thomas. Moin aus Hamburg. Sascha, wir haben gerade angefangen über so ein nettes Thema zu sprechen und dann habe ich gesagt, lass uns das mal aufzeichnen. Du hast mir, du hast gerade ein Geständnis gemacht, ein unfreiwilliges und ich habe ein bisschen drüber gelacht. Aber vielleicht ist das gar nicht zu lachen, ich weiß es nicht. Also wir sprachen darüber, dass der Martin Stürzer, aka Felios, seinen Abschluss hat am Musikkonservatorium. Vor einigen Monaten, glaube ich, im letzten Jahr hat er da seinen Abschluss gemacht. Hat, glaube ich, jetzt sogar eine Professur oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob er schon Professor ist, offiziell. Aber auf jeden Fall hat er einen Lehrauftrag und errichtet jetzt an der Musikuniversität in Wuppertal. Und er hat ja diese tollen Ambient und Dub-Techno-Livestreams auf YouTube. Und man merkt, finde ich, seinen musiktheoretischen Hintergrund, weil er wirklich sehr, sehr schöne Harmonien verwendet und Akkordfolgen, für die ich mich für meine Musik immer sehr anstrengen muss und auch sehr viel rumprobieren muss, um das irgendwie herzustellen. Und bei ihm fließt es einfach so, wenn man ihm so zuhört. Das ist genial. Bin ich jedes Mal fasziniert, dass das bei ihm einfach so mühelos irgendwie so kommt. Und da hast du mir verraten, was hast du mir da verraten? Ich verwende Software dafür. Es gibt ein Plug-in, das heißt Skader. Skader, irgendwie so. Muss ich gleich mal raussuchen und den Showload schreiben mit Link. Das ist soweit intelligent, dass es mir quasi Akkorde vorschlägt. Also ich kann sagen, welche Stimmung ich haben will, ob das traurig ist, nachdenklich, glücklich, fröhlich, ertragend. Und ja, dann spiele ich halt ein paar Sachen ein und der legt mir dann quasi, oder ich kann mir aussuchen, welche Akkorde dazu passen. Das ist nämlich die gute Ergänzung, weil ich nämlich total talentfrei, dilettantisch, nicht dilettantisch, dilettantisch vorgehe. Und ich habe versucht, mir Musiktheorie und so weiter einzubläuen. Das Dumme ist nur, das ist so kompliziert und stellenweise so theoretisch, dass das mein kleines Köpflein bei Weitem gesprengt hat. Ja, da gibt es ja, da gibt es ja, wenn man Musik macht, es gibt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich hatte auch als kleiner Junge mit sechs Jahren, ich hatte auch Orgelunterricht, habe dort auch Akkorde greifen gelernt, aber habe das dann so ein paar Jahre lang gemacht, so, ja, wie lange habe ich Unterricht gehabt? So fünf, sechs Jahre, bis ich ungefähr so sechs war, äh Quatsch, zwölf war. Und dann musste ich mich halt entscheiden, ähm, meine Eltern halt nicht irgendwie, ähm, nicht beides finanzieren konnten, Musikunterricht oder halt. Judo, ratet mal, wofür ich mich denn entschieden habe. Natürlich für den Musikunterricht. Nein, als Teenager möchtest du dicke Muckis und von allen Mädchen in der Klasse geliebt werden. Deswegen habe ich mich natürlich für Judo entschieden, was vielleicht gar nicht so schlecht war, auch für meine Selbstbewusstsein, was wiederum dazu geführt hat, dass ich jetzt, äh, nicht so viele Skrupel hatte, etwas von meiner Musik dann nachher, äh, quasi unter das Volk zu werfen und auch Live-Auftritte zu gestalten dann. Also ich sage mal so, dass, äh, das Heine hat mit dem anderen zwar eigentlich augenscheinlich nichts zu tun, aber passt schon irgendwie zusammen. Aber das schweifen wir ab, ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Wenn es um das Thema Mut geht, äh, Mut zur Veröffentlichung, das können wir auch irgendwann nochmal betrachten. Nee, mir geht es darum, ob nicht die Verwendung von, ich sag mal, kompositorischen Hilfsmitteln, das ist so der Gedanke, der bei mir so auftauchte, als wir da sowas, äh, vorhin so gesprochen hatten. Ist das nicht ein bisschen wie Cheaten, als ob man, ne, beim Endgegner einfach mal eben schnell einen Cheat-Code eingeht und sagt so, hier, ich hab jetzt unendlich Munition, damit baller ich jetzt den Endgegner weg? Ähm, ja, doch. Aber, ähm, auf einem anderen Level. Ich meine, du hast ja immer noch die Kompositionsarbeit, ähm, dass du halt das Stück machst. Sounddesign. Sound, ja, nicht nur Sounddesign, sondern auch die Melodiefindung und sowas. Mhm. Das, 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 wie ich den Bass arrangieren muss und so weiter und so fort, das ist ja reines Handwerk. Und das beruht ja quasi nur auf, ähm, Erfahrungswert oder Wissen. Naja, und wenn du so einen, so einen EBM-Stampfer, so einen Elektro-Stampfer machen willst für die Disco, das sagt dir natürlich auch nicht die, äh, Software, zumindest jetzt noch nicht, wie du den gestalten sollst, ne? Nein, das überhaupt nicht, nein. Das ist nicht so. Also du kannst nicht, du kannst in deinem Scaler nicht sagen, ich will jetzt hier den, äh, den, äh, den, äh, Dark-Techno-Kracher, äh, bastel mir mal drei Akkorde. Nein, das geht nicht, nein. Du hast immer noch, du musst immer noch halt die kreative Arbeit machen. Es ist halt nur die Unterstützung, dass du halt Akkorde bekommst, die halt aufeinander aufbauen und passen. Und es gibt ja, es gibt ja weitaus mehr als nur C und, äh, C-Moll, sondern es gibt dann ja auch diese ganzen verschiedenen Reduzierungen und dann auch Erweiterungen mit, äh, F und, ähm, vermindert. Ich, ich glaube, das hilft auch vielleicht sogar auch erfahrenen Musikern. Ich könnte mir vorstellen, dass der, dass auch ein Martin Stürzer vielleicht sowas einsetzt. Da müsste man ihn mal einladen und dann irgendwann mal, äh, dann auch nochmal selber fragen, ob er sowas nutzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das professionellere oder, ich sag mal, erfahrene, äh, Musiker, äh, durchaus auch vielleicht, ähm, helfen kann, vielleicht auf Harmonie und Harmoniewechsel zu kommen oder Kordfolgen zu kommen, die sie ohne solche Werkzeuge, äh, äh, auf die sie vielleicht nicht gekommen wären. Auch vielleicht einfach so als Ideengeber. Genau. Äh, ich denke, das war auch der Grund, ähm, Gedanke hinter der Entwicklung dieses, ähm, Plugins. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt ja Hilfsmittel, Quantenzirkel und so weiter, womit du halt, ähm, Sachen herausfinden kannst, die passen. Nee, warte, 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 nicht Quanten, du meinst bestimmt Quintenzirkel. Warst du schon wieder, äh, warst du schon wieder bei einer Quantentheorie unterwegs? Richtig. Quintenzirkel, genau. Ja, das stimmt. Ja, ja. Wobei, das habe ich auch alles nicht gelernt, muss ich verstehen. Sondern ich bin jetzt tatsächlich einer von den Leuten, da kann man jetzt natürlich auch die Nase drüber rümpfen, wenn man dann so ein bisschen erfahrener, ähm, Musiker ist oder auch weniger erfahren, spielt keine Rolle. Äh, äh, ich bin da eher, der nach dem Gehör geht. Also ich höre mir das, was ich spiele, tatsächlich an und deswegen nehme ich auch meistens immer so auf die klassische Tape, ähm, ähm, Spur für Spur Aufnahmetechnik an. Also selbst am Computer mache ich das. Ich habe zwar mehr Spur, ähm, Interface, aber das kommt selten vor, dass ich mehr als zwei Synthesizer oder, ja, gleichzeitig irgendwie nutze. Nein, das mache ich auch nicht. Ich habe zwar auch hier, ähm, knapp 20 Ein- und Ausgänge, aber, ähm. Hat natürlich auch einen gewissen finanziellen Hintergrund, ne, weil die größeren Audio-Interfaces mit guter Qualität, die sind natürlich auch entsprechend teurer, ne. Aber das ist nur so nebenbei. Aber ich habe jetzt auch hier so 20 Ein- und Ausgänge in einer anständigen Qualität, aber wenn ich Aufnahmen mache vom Hardware-Synthesizer, nehme ich die immer Spur für Spur auf, also. Der einzige Vorteil ist einfach nur, ich muss nicht so viel Kabel umstecken, ne. Es gibt ja noch andere kompositorische Hilfen, ne. Ganz klassisch, das kennt man ja, äh, bei vielen Synthesizern, die heutzutage so auf den Markt kommen, egal ob, äh, Software, Hardware oder alles Mögliche dazu. Inzwischen, ähm, Apeggiator. Chord-Memory. Chord-Memory, genau. Äh, ein Apeggiator, der möglicherweise auch Chords, äh, spielen kann. Ja. Zum Beispiel der Atubia Keystep, äh, dieser MIDI-Controller, der, der hat so eine interessante Funktion. Da kannst du quasi aus den einzelnen Tonfolgen Chords machen und die kannst du dann auch noch einstellen, welche Skalen du da haben möchtest. Du kannst auch mit Custom Scales arbeiten, also mit Custom, äh, Notenskalen. Irre. Dass man da vielleicht sogar, ähm, auch so ein bisschen, ähm, ähm, Microtuning machen kann, so ein kleines bisschen jedenfalls. Aber auf jeden Fall sind da schon sehr interessante Sachen mit drin. Und dann kannst du nämlich dann das Ganze über die Drehregler, die da oben drauf sind, auch noch entsprechend verschieben. So, dass er dann möglicherweise nicht einen kompletten Akkord greift, sondern vielleicht eher so, ähm, ne, anstatt einen kompletten Akkord, dann ertönen die Töne so ein bisschen zeitversetzt. Mhm. Wie bei so einer Gitarre, wo du, das nennt sich dann Strumming, also das ist quasi auch so ein Strum-Modus. Ne, wenn du an der Gitarre die Seiten so runterfährst, das, und du machst es entsprechend schnell, dann klingt das natürlich wie ein Akkord, aber wenn du das ein bisschen langsamer machst, also den Daumen zum Beispiel langsamer über die Seiten gleiten lässt, dann hörst du ja jeden einzelnen Ton. Und das nennt sich dann Strumming. Oder mit dem Plektron oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das kann halt, der Keystep, ähm, hat das halt auch eingebaut, was, ähm, sehr interessante Ergebnisse gibt. Das kann ich mir vorstellen. Ich hab mich mit den Teilchen nie beschäftigt, weil ich so, ähm, so viel Outboard, ähm, Equipment gar nicht hab. Was ich jetzt, weil für mich war das immer so ein Sequencer gewesen. Und den man auch viel für Analog-Gram nehmen kann. Das kann man durchaus machen, aber der ist halt sehr vielfältig einsetzbar, der Keystep 37. Also du kannst den auch sehr gut nutzen, um Software-Instrumente anzusteuern. Genau wegen dieser Funktion, die da eingebaut sind. Wegen dieser Strumming-Funktion, Chord-Strumming und diverse andere Sachen. Es gibt da von, von dem, von diesem amerikanischen Kollegen hier, von dem Loop-Pop, ich hab mal da, ähm, da, der hat das Ding halt ausführlich getestet. Den Keystep 37 und auch den großen, ähm, wie heißt der noch? Ja, der mit der Tastatur, ne? Ne, die haben ja alle eine Tastatur, die Keysteps. Deswegen heißen sie hier Keystep. Ne, der Große, der Keystep 37 und den ganz Großen, den Keystep bla, den Namen hab ich vergessen, reichen wir nach. Die, die können das beide. Das fängt aber erst ab dem Keystep 37 an. Der kleine Keystep, der Original-Keystep, den da auch der, die Firma Behringer geklont hat, der kann das nicht. Der kann nur ganz normal Sequencer, SH-101 mäßig oder halt Appetheater. Das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Ideenlieferant, wenn das, ähm, so funktioniert, dass der die Akkorde vorschlägt und so. Aber, wenn man natürlich eine DAW hat, egal welche, die bieten natürlich auch eine ganze Menge an solchen Werkzeugen an. Ja, das tun sie, aber ich finde zum Beispiel, ähm, jedes Mal den Computer anwerfen, jedes Mal das so. Das ist immer so, ich komme in einen Raum rein und dann setze ich mich hin und dann weiß ich da, ich bin da ewig so gegangen. Wenn ich da jetzt so ein Gerät habe, was ich einfach nur einschalte und ich mache dann halt noch gegebenenfalls noch einen Klangerzeuger an. Oder bei manchen, wie heißen sie, ähm, Workstations hier, so wie, ähm, die großen Schlagschifte hier von den ganzen Herstellern, wo alles Mögliche mit eingebaut ist, dann mache ich nur das Gerät an, kann mich hinsetzen, klimpern ein bisschen rum und dann kann man Ideen sammeln. Du meinst die großen, die großen Workstations von Yamaha, Kork, Roland, ja, die bieten auch eine ganze Menge an Cheater-Tools. Mhm, genau. Na, aber das finde ich immer einfacher, so ein Ding anzumachen, wie erst mal den Computer. Dann hast du noch ein Software-Update und dann wirst du immer zum PC-Techniker, bevor du erst mal... Das ist so wie, wie, wie damals, ne, Nintendo, ich schalte die Konsole ein und ich kann sofort losdatteln, ne, mit einem Steckmodul versus, äh, ich schalte meine Xbox One ein und er sagt erst mal, ich muss jetzt erst mal 5 Gigabyte Update runterladen. Mhm. Geh mal einen Kaffee trinken. Genau. Genau so ist das. Ja. Macht, macht nicht so viel Spaß. Ähm, genau. Genau, aber jede DAW bietet halt auch, äh, das, äh, bietet, ist eigentlich nicht selbst die DAW bereits schon ein Cheater-Tool. Äh, es ist halt ein kleines Studio, ne, also... Ja, genau, weil du... Das, was früher teure Bandmaschinen und Mischpult und so weiter waren, hast du ja heute, also schon, nicht nur heute, schon seit ein paar Jahren, alles in dieser kompakten Software drinnen. Ja. Und, ähm, ja, du kannst mehr Spuraufnahmen machen, ob das jetzt, äh, nur, nur MIDI-Daten sind oder nur Audio oder beides zusammen und du hast so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Genau, ja, und du kommst dann auf Sachen, äh, die du ohne DAW vielleicht gar nicht gekommen wärst. Ich meine, das hört man, finde ich, auch ganz stark, wenn man sich so moderne Popmusik anhört. Na, YouTube ist voll davon. Ähm, das, das hört man, das ist alles durchgestylt. Ja, also nicht nur vom Sound her, sondern auch vom Aufbau. Ja. Ja, deswegen hören sich ja viele Produktionen ja auch gleich an. Ich nehme da immer ganz gerne den Deutschrap, die setzen alle auf einen Autotune-Effekt und deswegen hören sich die Sachen auch mehr oder weniger... Deutschrap und möglichst auch sozialkritisch. Ja. Aber... Das klingt doch alles gleich. Genau, das ist nicht der Sache. Ich glaube, die haben alle, die nutzen, glaube ich, alle Fruity-Loops und haben alle die gleichen Sample-Sets da. Weil diese, ich kann diese ewigen abgesampelten Streicher-Jazz-Rhythmen mit drübergelegter 808 und in den wenigen Raps, die sozialkritisch sind, kann ich nicht mehr hören. Ganz ehrlich, das klingt totale Kacke. Ja, weil das, weil alle die gleichen, es verwenden ja alle die gleichen Arbeitsmittel. Ja, und sie können auch, sie sprechen auch, ihr Sprechgesang ist auch bei jedem irgendwie so gleich. Und die können noch teilweise, ich weiß nicht, was mit denen los ist, mit denen stimmt. Es gibt einen Rapper, den ich vor zwei oder drei Jahren mal von jemandem empfohlen bekommen habe, von einem Bekannten. Ähm, der sticht da so ein bisschen raus und der macht auch sein eigenes Ding. Ähm, der heißt Roman. Ich bin in dieser Bubble nicht drinnen. Bist nicht in einer Hip-Hop-Bubble? Nein. Also der hat seinen ganz eigenen Stil und er kann vor allem, wenn du ihn mal in einem Interview hörst, er kann vor allem vernünftig die Sätze aneinander rein. Und er hat auch nicht seine Stimme, klingt auch nicht so wie ein Ripple, irgendwie so ganz komisch. Die haben ja alle irgendwie, ich weiß nicht, was die mit ihrer Stimme machen, dass die immer so Hip-Hop-mäßig klingen wollen. Ähm, ich kann das gar nicht imitieren, weil das klingt total merkwürdig, was die mit ihrer Stimme machen. Und bei dem ist das nicht so. Der hat seine ganz natürliche Stimme, die, er hat, ist schon, macht schon seit vielen Jahren Musik. Und das klingt einfach geil. Auch seine Raps, seine Rap-Texte sind, ähm, auf einem Niveau, da können sich hier die ganzen sozialkritischen Deutschrapper eigentlich mal eine dicke, fette Scheibe von abschneiden. Ja. Okay, aber das ist nicht dein, das ist nicht dein, dein Musikgenre. Lass uns, lass uns mal gucken, was haben wir denn heute so an Neuigkeiten? Ah, die. Wir hatten ja die, diese, die Woche über die dicke, fette Atopia-Präsentation, wo wir bei dicken, fetten Sachen sind, wo sie gleich vier Produkte, neue Produkte rausgehauen haben, sodass wir beide gleich losgezogen sind und uns was gekauft haben. Wollen wir das nicht lieber am Ende machen, weil daraus kann man nämlich einen schönen, längeren Teil machen. Ja, können wir machen, gerne. Ähm, die Firma Korg, wo wir über Hilfsmittel sprachen, über Kompositions-Cheat-Tools, hat einen Hardware-Sign-Quanzer, der heißt Korg SQ64. Keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht, wahrscheinlich Korg CQ64. Dieser Sequencer hat ein 2.0-Update bekommen, was großes Kino ist, für die Leute, die diesen Sequencer haben, weil einige, die, ich sag mal so, die Benutzeroberfläche, die Bedienung war nicht so optimiert, wie man das eigentlich von Korg-Produkten gewohnt ist. Es gibt so einige Sachen, die da halt nicht so toll waren und da haben sie, ich sag mal, die schwerwiegendsten Dinge, die da irgendwie nicht so gut liefen, das haben sie erstmal begradigt. Da kann jeder dann nochmal selber gucken im Internet, aber das ist halt, ja, er ist jetzt ein bisschen benutzbarer geworden. Ich hab ihn mir tatsächlich jetzt mal testweise geholt, weil ich mal wissen möchte, die Meinungen zu diesem Sequencer gehen so ein bisschen auseinander. Die einen, die finden den total klasse und sagen so, ja, ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich eingearbeitet hat, läuft es wie Schmitz Katze, super. Und die anderen sagen so, nee, ist voll umständlich und kann man nicht benutzen. Ich wollte mir mal ein eigenes Urteil bilden. Und jetzt mit dem 2.0-Update werde ich mir das nochmal in Ruhe anschauen, ob das tatsächlich ist. Also, was mir als erstes aufgefallen ist, was für mich als kurzsichtigen Brillenträger mit Altersweitsichtigkeit, die Helligkeit vom Display ist selbst voll aufgedreht nach dem 2.0-Update nicht optimal. Also, ich muss tatsächlich da mit Lesebrille sitzen. Und, liebe Hersteller, Klavierlackoberflächen sind einfach Mist. Für Produktoberflächen. Und graue Schrift auf schwarzem Hochglanzdruck, Hochglanzoberfläche, ist auch Mist. Macht sowas bitte nicht mehr. Und auch bitte keine gummierten Taster oder was auch immer. Aber die klacken dann doch so laut, wenn das nicht Gummi ist. Nee, das tun sie bei dem auch. Also, die obere Reihe, mit der du die Funktion umschaltest am Cork, am SQ, der hat, die sind mit Druckpunkt. Da haben sich auch einige Leute drüber aufgeregt, dass das ein Druckpunkt ist und dass man da ja so doll draufdrücken müsste. Ich finde es gar nicht so schlimm. Das ist halt einfach nur ein bisschen fester drücken, damit es dann halt klack macht. Das ist auch in Ordnung. Das, da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Aber was ich halt doof finde, ist dieses Mikro-OLED, was sie da verbaut haben, ist halt nicht besonders hell. Schrift kann ich noch so gerade eben erkennen mit Lesebrille, aber die Bedruckung, das geht gar nicht. Wirklich. Oder dass du die einzelnen Buttons dann nur von der Funktion her erkennen kannst, wenn sie beleuchtet sind. Wenn du sie nämlich dann eingeschaltet hast. Das ist echt anzuprangern. Und das Ding ist für mich eigentlich damit auch schon wieder fast gestorben. Ich werde den jetzt noch ein bisschen ausprobieren und dann wird er wahrscheinlich wieder zurückgehen in den Laden. Leider. Eigentlich ist das von der Funktion her ganz cool. Du hast vier Spuren plus eine Drum-Spur. Nee, anders. Vier Spuren, davon eine Drum-Spur. Und der kann halt verschiedene Laufrichtungen. Etwas, was zum Beispiel die Elektron-Sequencer selbst nach 15 Jahren immer noch nicht können, dass du halt jede Spur individuell einmal von der Länge her haben kannst und dass du jede Spur individuell halt auch in der Laufrichtung enden kannst. Vor, zurück, pendelnd wäre meiner Meinung nach heutzutage, sollte das Standard sein für jeden Sequencer. Es gibt andere Mitbewerber, die können das. Zum Beispiel der Poly-End Play, das ist ja gleichzeitig Groovebox, also Sample-Player, der kann das auch. Oder die, wie heißen sie denn? Ja, es gibt noch so zwei, drei andere Firmen, die etwas größere Sequencer auf den Markt gebracht haben. Okay, die kosten auch ein bisschen mehr, aber die können das halt auch. Genau. Was gibt es noch Neues? Jetzt gibt es, es gibt von der Firma Strymon, den Big Sky. Ich sehe gerade S-T-R-Y, ne? Genau, Strymon oder Strymon, wie die Amerikaner sagen. Die haben ein wunderbares, die haben viele wunderbare Gitarrenpedale. Und unter anderem haben sie ein Hall-Pedal, ein Reverb-Pedal, das nennt sich Big Sky. Und es gibt jetzt dieses Big Sky auch als VST-Plugin. Allerdings zu einem ziemlich heftigen Preis. 200 Euro. Autsch. Da kann man tatsächlich dann nur auf einen Sale warten. Black Friday ist bald da. Vielleicht machen sie dann da ja mit, man weiß es nicht. Und was ich noch viel größer finde, die Firma MOG hat ihre ganzen MOGA-FUGA, das waren auch Gitarrenpedale mit Analog-Delay, also alles analoge Pedale mit Verzerrer und mit Filterbox, mit einem, mit einer sogenannten Fragbox. Das war so ein Oszillator, der irgendwie dann in das Audiosignal aufgeprägt werden konnte. Die haben jetzt, ich weiß nicht, ob sie alle, ich habe das nicht genau mir angeschaut, aber sie haben einige von diesen MOGA-FUGA-Müge-Fügel als VST-Plugin jetzt auf den Markt gebracht. Großes Tennis. Klingt auch sehr gut. Also wenn jemand auf der Suche ist nach einem schönen, analogen MOG-Filter für seinen digitalen Synthesizer, dann sollte man sich das vielleicht mal anschauen. Die klingen wirklich sehr, sehr gut. Genau. Was hätten wir noch an Neuigkeiten? Hast du irgendwas? Du hattest noch Erika aufgeschrieben, oder? Ja, ich habe hier noch so, ja, das ist so Kleinkram, das ist so, Erika Synth hat in Zusammenarbeit mit einem, ich weiß gar nicht, was das eine Firma hat oder so, keine Ahnung. Also die haben halt mit jemandem zusammengearbeitet, Erika Synth, und die haben einen Euro-REC-Modular-Einsteiger-Synthesizer auf den Markt gebracht. Ein Komplettsystem für, fertig gebaut, für 800 Euro. Das Besondere ist, man kann diesen Synthesizer, diesen Modular-Synthesizer aber auch selber als Bausatz erstehen und sich selber zusammenbauen. Und dann kostet er, glaube ich, nur so 500 bis 600 Euro, je nachdem, welche Bauteile man da nimmt, ob man die gleich mitbestellt oder ob man sich die halt, oder halt nur die Platinen und Bauanleitungen und so weiter bestellt, denn je nachdem richtet sich halt der Preis. Ja, und dann hätten wir noch die Firma Arcai, gehasst und geliebt. Die bringen seit vielen, vielen Jahren ja nicht nur ihre MPC raus, die haben auch seit vielen, vielen Jahren MIDI-Controller und MIDI-Controller-Keyboards am Markt. Und die haben halt eine neue Version von ihrem Mini-Tasten-Keyboard, dem MPK-Mini-Plus, auf den Markt gebracht. Das ist tatsächlich dann eine neue Version, sozusagen eine überarbeitete Version des älteren Modells und bieten dort genau das an, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Arcai Keystep 37, das bietet dieses Arcai MPK Mini-Plus halt auch. Also du hast da auch so ein Strum-Cord-Arcai-Geschichte drin, wo dir kompositorische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Ich sehe gerade, das ist auch richtig günstig. Ja, der Preis ist auch nicht schlecht. Das Ding hat, glaube ich, ist ein bisschen gewachsen, hat jetzt, glaube ich, 37 Mini-Tasten. Drei Oktaren. Genau, man bietet aber einen ähnlich großen Funktionsumfang mit CV, Ein- und Ausgehen, mit MIDI-Anschlüssen, mit USB-Anschluss. Hat der, glaube ich, hat er ein Display? Doch, ein winziges, ganz kleines. Genau, hat auch so ein kleines OLED da auch. Das ist auch so ein neuer Trend, dass die kleinen MIDI-Keyboards jetzt alle so nach und nach alle mit OLEDs ausgestattet werden. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Diese dicken, alten, zwei- bis vierstelligen, alten Zahlenanzeigen, die kann ich immer besser lesen als... Du meinst die LCD-Displays mit der Hintergrundbeleuchtung und... Ja, genau, richtig. Also ich kann die besser sehen. Vor allem, weil du den Kontrast ja anpassen kannst. Du hast einen besseren Kontrast und du siehst sie vor allem auch, ich sage mal so im Halbdunkeln. Ja, und vor allem je nach Blickwinkel kannst du den Kontrast ja anpassen. Oh ja, 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 auf jeden Fall. Und diese kleinen Mini-Oleds, die sind zwar teilweise sehr scharf, aber dafür nicht besonders hell. Je nach verbauter Qualität. Bei den Korg Mini-Log zum Beispiel kann ich das sehr gut lesen. Also das ist knackig scharf, das Display, was die dort verbaut haben. Aber das haben sie dann zum Beispiel jetzt nicht in diesem Korg SQ64 gemacht, was ich nicht verstehen kann. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass die dieses knackig scharfe OLED verbauen. Haben sie nicht getan. Und dann stattdessen hast du ein noch kleineres, was aber dann teilweise weißen Hintergrund, schwarze Schrift, was aber nicht so kontrastreich ist, weil insgesamt die Helligkeit nicht so gut ist. Also da leidet für mich so ein bisschen die Nutzbarkeit darunter. Ich sage mal so, wahrscheinlich wurde das für junge Leute designt und nicht für so alte Säcke wie mich. Das kann gut möglich sein, ja. Ich warte ja noch auf die Senioren-Version von dem A3. Weißt du, mit extra großen Tasten und... Ja, genau. Mit großen Tasten und mit einem 16 Zoll Display. Und so zuklappbare Lupe, ne? Ja, genau. Ja, herrlich. Wie bei DM. Wie im Drogeriemarkt. Die haben an all ihren Einkaufswagen eine Lupe, die man ausklappen kann. Aber diese Lupe... Ich habe aber noch nie gesehen, dass das jemand benutzt. Da sind aber doch diese Lupe mit diesen Prismen, ne? Ja, genau. Ich habe noch nie gesehen, dass das irgendjemand von den Senioren benutzt hat. Trotzdem wirst du eben angefrechnen. Junge Mann, können Sie mir das mal vorlesen? Ich muss aber sagen, dass ich jetzt so die Anordnung dieser... Ich weiß nicht, wie man diese Pads nennen sollte, wo man auch mal so Beats reinkloppen kann. Das ist schön getroffen. Von der Größe her ist gut. Und sie sind natürlich, wie halt heutzutage erwartet, RGB-Hintergrund beleuchtet. Ja, ich glaube, das kommt so aus dem Gaming-Bereich, oder? Ja, ich glaube da auch. Ich weiß es nicht. Was ich cool finde, das sind diese Knöpfe hier. Diese Drehregler. Ich weiß nicht, ob das Endlos-Encoder sind, Endlos-Regler, oder ob das POTIs sind. Das kann ich jetzt hier im Text nicht hinnehmen, aber die finde ich gar nicht so schlecht. Ach so, und was noch interessant ist an diesem MPK, das habe ich mir gar nicht erzählt. Der hat einen Joystick. Und du kannst damit deine Dorn fernsteuern. Den roten Pinöpel da oben. Ja, genau, das ist ein Joystick. Da fragt man sich, kann man damit auch Super Mario spielen? Bestimmt. Kannst du dir was basteln? Also wenn man ja schon die Controller von der Wii genommen hat, um damit dreidimensional im Raum Controller-Daten zu übermitteln, da gibt es tatsächlich Pakete und Anleitungen, wie man das machen kann, wird das bestimmt auch gehen. Ja, ist preislich, liegt da auf Keystep 37 Niveau, so um die 200 Euro. Und man hat zwei polyphone Tracks mit Step und Echtzeitaufnahme. Und kann bis zu acht Stimmen damit spielen. Damit kann er auch ein bisschen mehr als der Kika. Interessantes Teil. Hübsch, hübsch. Und dann wären wir mit den Neuigkeiten auch durch. Ja, das war es so, was es so an Neuigkeiten gibt. Jetzt haben wir natürlich noch nicht über Arturia gesprochen. Wir haben eine Sondersendung gemacht, wo wir quasi einmal, okay, es war ein bisschen gecheatet, weil die Folge kam halt zwischendurch mal. Die haben wir halt so ein bisschen nachgeschoben. Die war dann um einen Tag Zeit versetzt zu der Präsentation von Arturia. Nee, die ist am gleichen Abend noch. Hast du die am gleichen Abend noch live genommen? Geil, super, okay. Stimmt. Ich habe mir, nachdem wir fertig waren, habe ich mir einen Wolf geschnitten. Ja, aber ich meine, das waren, sind halt, wie wir da schon festgestellt haben, da hat die Firma halt sehr, sehr interessante Produkte auf dem Markt geworben. Also dieses Audio-Interface, da haben sie halt tatsächlich dann, glaube ich, auch so ein bisschen an die Podcaster gedacht, dieses Mini-Fuse 4 und haben gleich den ganzen zwei Kopfhöreranschluss spendiert, was nie verkehrt ist, wenn man dann mal zu zweit so einen Podcast aufnehmen möchte vor Ort. Und das Ding ist halt auch nicht so groß, dass man es halt nicht mal schnell zusammen mit dem Laptop in die Tasche schmeißen kann, um damit dann zum Interviewpartner zu fahren. Das finde ich schon ganz geil. Ja, einmal das und so. Natürlich jetzt halt hier nicht so wie bei anderen Herstellern, halt nur zwei Audio-Eingänge, zwei Audio-Ausgänge, sondern die haben halt vier. Was halt Vorteil ist, wenn ich dann noch irgendwie einen Schuhspieler haben möchte und solche Sachen. Aber jetzt sag mal, was ich noch nicht rausgefunden hatte, wir hatten da spekuliert, dass der Preis so um die 220 Euro sein soll. Stimmt das? Oh, da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Das müsste doch bei unserem Lieblingsshop, sollte das Ding doch schon längst drin sein. Na ja, der macht da die Sachen nicht. Also ich sehe da das Einser und das Zweier. Wo ist das Ding? 219 Euro, tatsächlich. Und sehr geil, die weiße Version ist in drei bis vier Wochen lieferbar für 219 Euro. In dem einen Online-Shop hier. Und die schwarze Version, die ist sofort lieferbar. Kann sich jeder dann sofort bestellen. So, und dann gucken wir jetzt mal in die Specs rein. Ja. Zwei Line-Eingänge und zwei Mikrofone-Verstärker. Ja, dann halt die Combo-Buchsen, dass du auch Mikrofone anschließen kannst. Genau, zwei USB-A-Ports. Eine schaltbare Loop-Back-Funktion. Das ist auch Gold wert. Das ist auch Gold wert, genau. Wenn man halt dann das für die Aufnahme von Sängern benutzen will. 24-Bit, Anschlussformat, USB-Buchse Typ C, sehr geil. Ich sage immer geil, ne? Darf man das überhaupt? Ja, natürlich. Das ist so abgenutzt, wenn man das ständig macht, glaube ich, ne? Das ist jetzt genauso wie ... Man nutzt sich so schnell ab, so geilomat. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, oder letzte Woche habe ich ein Interview mit Dieter Bohlen gesehen, die er bei irgendeiner Firmengründerveranstaltung gehalten hat. Der kam auch wieder mit sein, mega, mega. Leute, ihr müsst hier investieren, das ist voll mega. Also nichts gegen Dieter. Dieter ist ein super Geschäftsmann, muss man schon mal sagen. Aber mega, mega, ist total mega, dieses Audio-Interface. Nein, ich finde es gut. Ich sehe jetzt zwar nicht so, dass ich ... Also Klangqualität kann ich nichts zu sagen. Ich habe das noch nicht unter den Händen gehabt. Aber ich glaube, dass das ein solides, gutes Interface ist. Also man kann im Prinzip eigentlich alles damit machen, was man machen möchte. Ja, und in der weißen Version sieht es halt mal ein bisschen schicker aus. In der weißen Version sieht es schicker aus, ja. Aber es ist halt ... Ich finde es halt ... Ich habe das Gefühl, dass Arturia da wirklich gerade einen Lauf hat. Den haben sie jetzt schon seit ein paar Jahren. Und ich weiß nicht, was mit der Firma los ist, aber die haben irgendwie das Ohr am Puls der Zeit. Was mich dann zu ihren anderen Produkten bringt am Puls der Zeit, ihren beiden Software ... Also ihrem Software-Instrument da. Willst du noch über das Minilab sprechen? Das hat dich, glaube ich, nicht so geflasht, oder? Nein, das ist halt ... Erweitern das halt ständig um irgendwelche Plastiker oder so. Also was ich ziemlich cool finde, ist ... Okay, wir hatten gerade über OLED-Displays gesprochen. Das Arturia Minilab 3 hat auch ein schwarz-weißes OLED, hat viele Regler, hat eine kleine Zwei-Oktaventastatur mit Minitasten, die, glaube ich, nicht anschlagdynamisch sind. Doch, sie sind anschlagdynamisch. Das ist auch schön. Nee, warte. Warte. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. 25 anschlagdynamische Slimkeys. Slimkeys nennen sie die. Ich liebe Marken. Slimkeys. Slimkeys. Also die Slimkeys sind anschlagdynamisch. Und was ich aber wirklich mega finde, das ist der Preis. Du kriegst für 99 Euro, so 100 Euro, muss man sich mal reinziehen. Du holst dir ein billiges, ein günstiges Notebook. Billiges will ich nicht sagen, ein günstiges Notebook. Holst dir dieses Arturia Minilab 3. Da hast du denn, ja, ich meine jetzt mit 25 Tasten kannst du jetzt hier kein Beethoven machen, aber zum Einspielen von so ein paar Melodien reicht das. Und du hast viele Regler, Schieberegler. Du hast Endlos-Regler und du kannst damit deine Audio-Workstation und jetzt Coms, die mitgeliefert wird, inklusive einer Handvoll sehr gut klingender Software-Instrumente, hast du eine komplette Produktionszentrale. Das Einzige, was da noch fehlt, ist einfach ein Mikrofon. Ha, 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 Mini-Fuse, da haben wir doch was. Und du bist eigentlich, nicht nur eigentlich, du bist komplett ausgestattet und kannst loslegen und Musik machen. Das sehe ich so ein bisschen als direkte Konkurrenz auch zu Native Instruments, wenn ich mir das Produkt so anschaue, mit dem gebundelten Software. Also da ist wirklich alles dabei. Es sind Effekte mit dabei, es ist eine DAW, Ableton Live Light ist mit dabei und die Software-Synthesizer, ne? Ja, du hast halt hier das Analog-Lab dabei. Über 1000 Sounds, muss man dazu sagen. Nee, 500. 500 steht da. Na gut, okay. 500 Sounds reicht eigentlich auch schon. Und du hast aber halt noch viele andere Software, die haben sich ja gar nicht aufgeführt. Dann hast du das, muss man auf der Atelier-Seite mal gucken. Elepton Live und dann halt von UVI Grand Piano. Ja, ja. Also ich finde das sensationell, wenn du mich fragst. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot an Menschen, die an Musikmacher interessiert sind oder an Menschen, die mobil ein Gerät haben möchten, mit dem sie Musik machen wollen und gerne ihr Laptop mit benutzen möchten. Natürlich, der Vorteil ist ja auch, das Ding hat endlos Encoder. Das ist natürlich, wenn ich jetzt Plug-in wechsle oder so. Encoder sind immer endlos. Ja, ich wollte nur sagen, weil es gibt ja auch, dass es halt Potentiometer drin sind. Und wenn ich dann halt ein Plug-in wechsle oder den Software-Synthesizer und drehe dann am selben Regler, gibt es ja oft Parametersprünge, weil davor auf einem ganz anderen Parameter Wert eingestellt war. Und das hast du bei denen natürlich nicht, wenn die halt quasi immer nur die Veränderung übermitteln. Es geht rauf, es geht runter. Wir hatten ja eben gerade das MPK Mini, das Mini Plus. Ja. Was neu auch auf dem Markt haben. Ich wette, dass Arkei etwas Ähnliches macht. Also es ist jetzt nicht explizit in den News-Meldungen, die wir dazu gesehen haben, erwähnt worden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die das Ding auch mit einer Software bundeln, mit einem fetten Software-Paket. Das könnte passieren, ja. Wobei Arkei ja mittlerweile ihre eigene, ja fast schon DAW entwickelt hat, die da auch mit der MPC, die auch mit der MPC One und, wer heißt die andere? MPC One und wer heißt die andere Kiste? MPC Live zusammenläuft. Also ich glaube, dass da auch, dass die da alle so in diesem Segment, und das kostet alles so um die 100 Euro. Ja, das Mini Lab ist ja ziemlich günstig, sogar so mit 90 Euro. Lass mich mal gucken, Native Instruments. Wie heißt das bei denen? Das Konkurrenzprodukt bei denen ist doch hier... Heißt Complete Control. Das gibt es in unterschiedlichen Größen. Es gibt auch als Maschine, ist ja auch so ein Einstiegsteil. Aber das Complete Control... Lass mich mal gucken. Das Complete Control... Ich finde es jetzt nicht. M32 heißt das. Complete Control M32. Kostet gut 30 Euro mehr oder 20 Euro. und bietet aber eine Oktave mehr an der Tastatur, ne? Eine halbe Oktave. Ist das eine halbe? Ja, es sind 32 anschlagdynamische Sync-Action-Mini-Tasten. Stimmt, stimmt. Und zwei Touch-Strips, aber auch ein OLED-Display. Hat aber, glaube ich... Ja, hat auch ziemlich viele Drehregler. Acht Endlos-Regler. Also Encoder. Und... Eine Integration mit Maschine, was man aber, glaube ich, erstmal kaufen muss. Also sie liefern es auch mit einem Software-Paket aus, wo eigentlich auch bis auf eine DAW... Oh doch, tatsächlich. Sie haben auch eine DAW mitgeliefert. Das Ableton Live Lite. Genau. Haben sie damit gebundelt. Ja, also... Perfekt. Und Maschinen wird als essentielle Version... Richtig. Also wenn man sich für Synthesizer interessiert und für Musik machen mit elektronischen Instrumenten und Musik machen mit dem Computer als sozusagen als Einstieg... Ich würde, glaube ich, heutzutage, wenn man mich fragt, womit kann ich denn anfangen? Ich würde, glaube ich, wirklich sagen, hol dir eins von diesen Bundles. Weil diese Controller-Keyboards, die kann man immer irgendwie nachher noch gebrauchen, auch wenn man sich dann vielleicht noch so zwei, drei Synthesizer dazugeholt hat. Aber das ist das, womit ich tatsächlich sagen würde, fang damit an. Hol dir was von Native Instruments, hol dir ein Arturia... Wie hieß das Ding? Microfreak... Nee, nee, Arturia, Arcai, MPK, Complete Control M32, was auch immer. Also es gibt von jedem Hersteller eigentlich, von den Großen, gibt es halt einfach ganz tolle Angebote. Um die 100 Euro muss man investieren, man braucht noch einen Rechner und dann kann man loslegen. Das ist geil. Ich finde das echt, echt geil heutzutage. Die jungen Leute, die haben, oder auch die alten Leute, es gibt ja auch ältere Semester, die gerne anfangen wollen mit Musik machen. Also wenn man da einsteigen möchte, das ist the way to go, wie man auch so neudeutsch sagt. Und dann sagen wir mal so, um den Preis, so um die 110 bis 120 Euro, kriegst du so viele zwei Oktavige plus Keyboards. Da kannst du echt gucken, was dir gefällt. Also von M-Audio gibt es auch das Oxygen Pro Mini mit auch Drehregler, Anschlag, dynamische Pads. Und die haben auch eine gebundelte Software. Die haben jetzt alle Controller-Keyboards, kommen mittlerweile mit einer gebundelten Software. Und da ist mindestens ein Ableton Live oder ein Cubase von Steinberg. Das ist, glaube ich, bei Yamaha so. Die haben das ja gekauft. Oder du hast ein, es gibt auch, glaube ich, Studio One von Presonus, ist, glaube ich, auch irgendwo gebundelt. Also die, oder Bitwig ist, glaube ich, mit Nektar irgendwie gebundelt. Und also es ist, im Grunde genommen ist es egal, was man sich als Controller holt. Aber die kommen alle irgendwie mit einer gebundelten DAW. Und selbst wenn man nur die DAW alleine nimmt, man muss ja nicht das Arturia-Bundle nehmen, man kann sich ja irgendeinen anderen Controller nehmen. Wenn da eine DAW dabei ist, eine moderne DAW Digital Audio Workstation, dann hat man eigentlich alles, was man braucht, um Musik zu machen. Dann kann man auch sich selber aufnehmen, wie man auf dem Kamm bläst. Ja, das ist alles möglich. Stichwort, auf den Kamm blasen. Minifreak. Ja. Nachdem du jetzt, ich sag mal, die Mindtube sozusagen abgescannt hast und dir jedes Video von dem Minifreak reingesaugt hast, was ist dein, was ist dein Eindruck? Es ist eine nette Erweiterung zu dem Vorgängermodell, also woraus halt die Inkarnation gekommen ist. Wenn du kein, wie heißt das Ding, dein Freak, ne? Der Vorgänger. Der Microfreak. Der Microfreak. Wenn du den Microfreak hast, würde ich sagen, brauchst du dir das Ding nicht holen. Ja, der Schraube würde wahrscheinlich den Microfreak. Wenn du den nicht hast und du suchst irgendwie was, was auch ein bisschen abseits von den typischen Syntheseformen ist, suchst, würde ich eine klare Kaufempfehlung geben, weil das eine sinnvolle Erweiterung ist. Du hast halt einfach ein bisschen mehr. Und was ich auch super finde, ist, du hast halt ein VST-Plugin dabei, was nicht nur ein Editor ist, sondern auch ein einständiger Synthesizer ist. Du kannst quasi hingehen zu Hause im steilen, stillen Kämmerlein, dir alles zurechtbasteln, die Daten übertragen auf dein Instrument und dann brauchst du quasi nur das Instrument mitzunehmen und hast die Sounds, die du dann zu Hause gebastelt hast, dann mit. Ist eine schöne Erweiterung. Neben der Polyphonie und was war noch gewesen, was da noch erweitert wurde. Also wir haben zum einen jetzt eine echte sechsstimmige Polyphonie, die man aber auch dann durch das entsprechende Verschalten der Oszillatoren auch in eine zwölfstimmige Paraphonie verwandeln kann. Hört, hört. Also man hat jetzt pro Stimme zwei Oszillatoren. Beim Microfreak hat man nur einen Oszillator. Man kann es halt umschalten, sodass man aus dem sechsstimmigen Polyphonen-Instrument ein zwölfstimmiges Paraphonis-Instrument hat. Die Erklärung, was Paraphonie ist, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon versucht bei der Live-Show zu bringen. Ich glaube, das hat keiner verstanden. Ist auch egal. Ich sage mal so, der Mini-Freak ist im Grunde genommen einfach von allem mehr. Abzüglich, es gibt keine Wavetable-Synthese, obwohl das hier in der Artikel, in der Produktbeschreibung steht. Soweit ich weiß, gab es keine Wavetable-Synthese. Und der Vocoder, das haben sie, glaube ich, auch erst mal weggelassen, was technisch damit zusammenhängen könnte, dass natürlich so Vocoder-Sounds mit einem Polyphonen-Instrument nicht ganz so einfach darzustellen ist, also abzubilden ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwie programmtechnisch, diese technisch dann auch irgendwas gemacht werden muss. Vielleicht ist auch einfach nur die Recheneinheit, die da drin ist, der DSP, zu schwachbrüstig dafür, dass der quasi ein Keria-Signal noch vermisst. Ja, böse Stimmen könnten, böse Zungen behaupten auch, dass sie einfach Features zurückhalten, um sie dann einem nächsten Update nachzureichen. Das kann natürlich auch sein. Um den Produktlebenszyklus zu verlängern. Könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich aber nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es, wie du schon sagst, ja, Rechenleistung, dass das nicht ausreicht. Ich meine, die Entwickler peilen ja so einen Verkaufspreis an, wo ein Segment halt, so ein Produkt in einer Nische halt funktioniert. Und wenn dann einfach die Komponenten zu teuer werden, dann wird das auf dem Markt ein Flop. Schau dir doch damals diesen Hartmann Neuron an. Der hat damals über 10.000 Mark gekostet. Den hat sich keiner gekauft, weil einfach zu teuer war. Unverstanden hat den sowieso keiner. Zur Erklärung, Hartmann Neuron war ein Synthesizer, der, ich habe es vergessen, wann das war, ist auch egal, war ein digitaler Synthesizer, der auf eine, ich sage mal, eine neue Syntheseform hatte. Und zwar basierte er auf der granularen Schrägstrich Resynthese. Das heißt, man hat dann da sozusagen seine Sounds, seine Samples reingeladen. Und der Synthesizer hat dann versucht, aus dem Sample über die sogenannte Resynthese einen synthetischen Klang daraus zu erzeugen. Und dann konnte man mithilfe von diversen Joysticks quasi diesen Klang verändern. Ja, manipulieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen hattet ihr. Waren das sechs Stimmen oder waren das noch vier? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte nur sagen, das war richtig kompliziert gewesen. Man musste quasi ein bestimmtes Netzwerkinterface an die USB-Buchse des Synthesizers hängen. Da gingen auch nur bestimmte. Dann musste man sich quasi mit einem FTP-Programm, also mit Netzwerktechnik, in den Synthesizer einloggen, konnte dann die Datei übertragen, die man vor mit einem speziellen Programm analysierte. Und daraus wurde ein mathematisches Modell des Klanges erzeugt, was ewig lange gedauert hat. Also es war wirklich kompliziert gewesen und in den Synthesizer selber war ganz normale PC-Hardware verbaut. Also da war ein Mainboard drinnen mit Festplatte und Arbeitsspeicher, CPU, so wie man es halt kennt. Und so ein Bürorechner. Ein ganz einfaches kleines Mini-ATX-Gehäuse, Mainboard. Und da lief ein speziell angepasstes Linux drauf. Der Synthesizer kam 2003 auf den Markt. Die Firma Hartmann wurde von der Designer-Legende, die Insider, die wissen das, Axel Hartmann gegründet. Und Axel Hartmann zeichnet sich verantwortlich für sehr, sehr, sehr viele Synthesizer, die aktuell am Markt auch noch sind. Um nur ein paar Namen fallen zu lassen, für die Herr Hartmann als Designfirma tätig war. Arturia, Moog, Waldorf. Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Ja, es gab noch ein paar andere. Also der Herr Hartmann, der hat hier wirklich, ich sag mal, sehr Innovatives geschaffen. Was mega gefloppt hat. Das leider nicht so gut, ja, sich nicht so gut verkauft hat. Das mag aber auch an einem Preis liegen. Das Ding wog 17 Kilo, wusstest du das? Ja. 17 Kilo, das ist heftig. Das ist auch ein großer Keyboard-Synthesizer mit einer sehr interessanten Oberfläche. Die sieht schön aus eigentlich. Es gibt überall auf der Oberfläche verteilt, gibt es Joysticks. Und man hat quasi in jedem Winkel. Im Acrylorange. Genau, in der Acrylorange, genau. Und man hat in jedem Winkel quasi des Joysticks im Umfeld gibt es ein kleines LED-Display. Und als untere Reihe quasi einmal so quer über die Tastatur gibt es dann auch noch so, ja, keine Schieberegner, sondern einfach so Drehrädchen, mit denen man dann so diese Resynthese-Manipulation dann in Echtzeit durchführen konnte. Der Bernd Michael Land, der hat ja einen. Hat er immer noch wahrscheinlich, ne? Ja, den musste er auch schon mal reparieren. Deswegen weiß ich ja das mit dem Mainboard. Der ist dann auf die Suche gegangen und hat dann halt ein passendes Ersatz-Mainboard gesucht. Ja. Das ist schon ein interessantes Stück Technik. Es gab den auch als VST-Plugin mit einem Hardware-Controller als Donkel. Also die Software lief ohne den Controller nicht. Ach so. Noch eine Besonderheit, weswegen der auch so innovativ war. Das ist einer der wenigen Synthesizer am Markt. Und der, warte, lass mich kurz gucken. Ich gucke mir die Anschlüsse an. Der konnte tatsächlich, der hatte drei Stereo-Outputs, also sechs Outputs. Der konnte Surround-Sound. Den 5 plus 1 Sound. Ja, genau. Du konntest dann auch den Sound so quasi frei im Raum arrangieren, dass der dann durch den Raum schwebt. Von links nach rechts, von vorne nach hinten. Ja, das Ding war weit seiner Zeit voraus. Kam, glaube ich, einfach zu früh. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das jetzt noch mal wieder vielleicht als Software ableben lassen könnte. Ich habe auf dem iPad, hat mir ein Freund mal so ein paar Musik-Apps gezeigt. Und da sind Sachen dabei, die unter anderem auch von irgendeiner Universität von ein paar Professoren programmiert wurde, von ein paar Mathematikprofessoren. Das kommt diesem hier eigentlich schon ganz nahe, dieser Resynthese. Wie gesagt, den gab es ja auch, den als VST-Plugin. Habe ich mal reingeschaut, weil das Ding wurde dann zum Schluss, nachdem dann die Firma ja den Bach runterging, sowas von verramscht. Ich weiß gar nicht, was der Preis zum Schluss war, aber das war aber lächerlich gewesen. Alleine schon für diesen formschönen Controller. Ja, ja. Also der Synthesizer sieht außergewöhnlich gut aus. Ja, und der Controller sah ja auch außergewöhnlich gut aus, weil der hatte zwar nur einen von diesen Joysticks, aber das sah toll aus. Und du konntest dann quasi das Gleiche wie mit den Großen halt in der Software machen. Ich meine, es ist ja klar, wenn ich dann einmal die PC-Software da programmiert habe, kann ich sie auch gut halt als VST übertragen. Auf jeden Fall, das Interessante war gewesen, die mitgelieferten Sounds hörten sich alle toll an. Wenn du aber angefangen hast, selber Sounds zu basteln, das war so eine reine Glückssache, oder? Manchmal funktionierte es und es kam was Brauchbares raus und manchmal kam einfach nur Krach raus. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz stark von einem Ausgangsmaterial abging, was man da reingestopft hat. Ob das dann ein Stereo-Sample war, welche Betrate, waren da irgendwelche Störgeräusche in der Aufnahme mit drin? Du hattest vorhin ja über den Filios geredet. Der hatte sich nämlich damals auch die Software gekauft und da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass es halt damals im Sequenz-Happorum auch einen Thread drüber gab und da hat er sich drüber ausgelassen, dass er seine Klospülung aufgenommen hat, die durch die Real-Synthese gejagt hat und einfach nur Schrottbar rauskam. Also er dachte, er könnte da ein bisschen rumspielen und fantastische Klangwelten erschaffen, aber es kam nur Schrottbar rum. Ja, aber Toilettenspülung ist doch nur Rauschen. Was soll denn da an tollen Sachen? Ich weiß ja nicht, was da für eine Toilettenspülung war. Ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht eine Gitarre oder sein Klavier abgesampelt hat. Das wird er vielleicht auch gemacht haben, aber er hat sich damals ausgelassen darüber, dass die Klospülung, und ich habe mir meinen Kopf so vorgestellt, kennst du noch diese Klos mit diesen hohen Spülkasten und so einer Reißleine? Richtig, ja, natürlich. Ja, und die machen einen richtig geilen Sound. Und habe ich mir so meinen jugendlichen Leichtsinn halt vorgestellt, wie er da sitzt und dann an der Reißleine zieht und dann macht er das Wawusch. Und dann klappert auch die Kette und so. Genau. Weiß ich nicht. Also da hätte ich jetzt eher gedacht, so eine Resynthese, das eignet sich nicht für eine Toilettenspülung, weil es ist nur Rauschen im Grunde genommen. in unterschiedlicher Lautstärke und so weiter. Das glaube ich nicht, dass man das vernünftig mit Resynthese irgendwie nachbilden kann. Ich hätte eher gedacht, so etwas wie ein Cello oder meinetwegen auch eine singende Säge oder irgendwie sowas. Ja, oder halt hier so, wenn man so ein Weinglas anschlägt, so leicht. Ja, genau. Ja, für solche Sachen. Genau. Oder eine Trommel, also dass man da vielleicht auch eigene Percussions mit irgendwie machen könnte. Oder hier, diese, was jetzt in den letzten Jahren so modern geworden ist, diese Klangschalen. Ja. Ja, oder diese anderen Dinger. Wie heißen die noch? Meinst du diese komischen Trommeln? Diese UFO-förmigen Metallzungen-Trommeln, die die Leute jetzt so gerne kaufen. Die übrigens sehr, sehr schön klingen können. Und vor allem schöne Harmonien haben das. Ja, definitiv, ja. Da sind wir wieder beim Thema Cheating. Cheating. Wir haben teilweise nur sechs Töne, aber die sind so gut aufeinander abgestimmt. Wie sind wir jetzt eigentlich auf den Neuronen gekommen? Wir waren doch beim Mini-Freak. Synthese, die keiner versteht. Oberflächen, die keiner versteht. Darüber sind wir da hingekommen. Genau. Das ist aber beim Mini-Freak jetzt nicht unbedingt der Peil. Oder beim Micro-Freak. Ich finde die Oberfläche eigentlich relativ simpel. Man muss nicht studiert haben, um das zu verstehen. Man muss sich, okay, so ein paar Grundfunktionen, wie mache ich eine Modulationszuweisung, das muss man mal kurz im Handbuch nachschlagen. Also ich zumindest musste es, aber dann ist das eigentlich, das ist relativ elegant gelöst, finde ich, das Ganze. Was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, dass um eine Modulationsziele auszuwählen, da musst du einmal diese komplette Modulationsmatrix durchfahren mit deinem Drehrad und drehen. Ah, jetzt bin ich da. Das war ein bisschen nervig. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich total verwöhnt bin hier mit meinem Gerätepark. Wenn ich habe hier, wie gesagt, ein Polybrot, hast du natürlich dann, da drückst du einfach für die Modulationsmatrix auf der Matrix einen Knopf und drehst die Regler, die du haben willst. Die alle auf der Uhr. First World Problems. Ja, genau. Das ist so mein persönliches Problem, was ich dann da mit diesem Microfreak hatte. Und ja, im Grunde genommen, also Feststellung ist halt Mini-Freak von allem mehr statt vier Paraphonie-Stimmen. Also eine Stimme eigentlich im Grunde genommen eine vollwertige Stimme. Also Monophon ist das Ding halt sechsstimmig. Polyphon. Wukuda ist nicht vorhanden. Dafür könnte man ja einen Microfreak nehmen. Oszillator-Modelle abzüglich Wavetable, soweit ich gesehen hatte. Zwei Oszillatoren. Die Effekte, das fand ich jetzt auch nochmal bemerkenswert, die komplette Effekt-Sektion, die haben sie aus dem Polybrot genommen. Und die aus dem Polybrot stammt aus dem Pigments. Das ist gut. Und die klingen ziemlich gut. Für meine Ohren jedenfalls. Das tut es auf jeden Fall. Das fand ich sehr interessant, dass sie das gemacht haben. Der Microfreak hatte, glaube ich, auch, hatte der eine Effekt-Sektion? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Der Microfreak ist übrigens preislich angesiedelt bei einem Straßenpreis so 330 Euro. Mini-Freak ist 600 Euro. Also, unsere Einschätzung, dass das quasi von allen mehr ist, hat sich quasi dadurch im Prinzip verdoppelt. Hat der Effekt der Microfreak? Ach so, noch ein wichtiger Unterschied. Und das ist für einige Leute, ist das auch ein Kriterium. Was ich sehr geil fand damals, dass der Microfreak dieses kapazitive Touch-Keyboard hat. Genau, das ist so fernab von dem, was man halt in letzter Zeit immer gewöhnt war. Ja, richtig. Das fand ich so in der Kombination mit diesem einen Oszillator, der von unter anderem Mutable Instruments MLEG stammt, fand ich das sehr, sehr spannend. Und ich hatte, als ich das Ding da hatte zum Testen, ich hatte auch am Anfang ein kleines bisschen Schwierigkeiten, wenn man dann so nur die schwarzen, weißen, normalen Tasten gewöhnt ist und dann plötzlich mit so einem kapazitiven Touch-Keyboard arbeitet. Das reagiert ja sofort. Du hast null Verzögerung. Andererseits ist das total geil, weil du sofort dann ganz schnell da deine Melodien einspielen kannst. und ja, eignet sich dann natürlich nicht so sehr dann so für Sachen, wo du halt mit ein bisschen sanfter rangehen möchtest. Das musst du dann halt irgendwie über die Synthese regeln, dass du da mit den Hüllkurven irgendwas machst. Aber ich fand es ganz cool, dass das Ding wirklich dann super schnell reagiert hat. Das hat schon Spaß gemacht. Also ich hatte jetzt nochmal geschaut gehabt auf der Seite von unseren Lieblingshändlern. Und der Mini-Freak hat das leider nicht mehr. Der hat nicht mehr dieses Kapazitiven. Nee, der hat halt eine relative Mini-Tastatur. Ja, genau. Aber hier steht neben Oszillator-Modi Superwave, Wavetable, K plus Strong. K plus Strong. Das ist eine Resonator-Synthese, die auf Feedback von, im Prinzip von Delays beruht. Kann man mit jedem Delay-Effekt, kann man das auch übrigens simulieren, wenn der tonal spielbar ist. Ja, und das sollen so ungefähr die, also laut der Auflistung sind, ist Wavetable drin. Bei dem Mini-Freak. Bei dem Mini-Freak, ja. Ja, okay. Das mag ja sein. Weil 22 freiwillbare Oszillator-Modi. Ja, das mag sein. Ja. Und dann haben wir noch das ganz große Thema, das Software-Instrument, was wir vorgestellt haben. Ja. Du musstest das sofort kaufen. Du meinst das Augmented Piano. Richtig. Mit der Morp-Funktion zwischen den Steinberg-Piano Model D, mit dem du die Klänge nahtlos herübermorfen kannst, in Synthesizer-Klänge, die vermutlich mal als Synthese-Form den Pigments haben, schätze ich mal so als Motor. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du... Wenn du das Ding meinst, das musste ich mir tatsächlich sofort kaufen. Nachdem aber erst, erst nachdem ich gesehen habe, ich kam da so ein bisschen ins Krümel, ich habe mir auf der Website den Augmented Piano tatsächlich angeschaut, wollte nochmal wissen, was da eigentlich so die Features sind. Und ich gucke so und gucke und gucke und lese und dann stelle ich fest so, oh, der kostet ja nur 99 Euro. Ja. Und dann habe ich mich eingeloggt und mein Kundenkonto hat mir dann gesagt so, ja, wenn du den Augmented Piano kaufst, dann zahlst du nur 49 Euro. Und da muss ich ehrlich gesagt gestehen, dann bin ich ein bisschen schwach geworden. Habe mir das Ding dann auch geholt. Und ich habe es mir aber ganz ehrlich, ich habe es mir tatsächlich nicht wegen dieser Mordfunktion geholt, sondern ich fand diese Pianoklänge, die haben da ja auch so diese Feldpiano-Geschichten dabei, wo sie Samples von dem Steinberg gemacht haben, wo sie so Sachen draufgelegt haben, so Tennisbälle oder die haben da so ein Tuch drüber gelegt, dass das halt so ein bisschen verändert klang. Das fand ich total geil und deswegen habe ich mir das Ding geholt hauptsächlich. Dass man da jetzt noch ein bisschen Syntheseform mit reinmorphen kann, ja, das ist ein nettes Feature, aber ich weiß nicht, das ist bestimmt lustig zum Spielen. Und was andere Leute im Sequencer-Forum halt angemerkt haben, ist, dass dieses Augmented Piano, und damit bin ich dann auch gleich fertig mit meinem Satz, von der Stereobreite sehr viel Raum einnimmt. Aber das bin ich der Meinung, kann man auch noch verändern, oder? Das kannst du natürlich verändern mit Möglichkeiten der Produktion. Was ich sagen wollte, war, du hast zwei Engines und die kannst du frei belegen, ob du jetzt zwei digitale, synthetische Modelle nimmst oder halt was gezempeltes. Du kannst da halt dann zwischen zwei Modelle immer hin und her morphen. Das ist jetzt nicht fest, dass der eine halt immer auf Sample basiert und der andere immer auf irgendwas Digitalen basiert. Ich habe mir das Ding angeguckt, habe mich sofort darin verliebt, habe dann auch geschaut und war dann selber verwundert, wie günstig das ist, wenn man dort registrierter Benutzer ist. Andere haben ja geschrieben, die haben den sogar für 29 Euro gekriegt. Ja, das ist ja mal so ein bisschen abhängig davon, was für ein guter Kunde man denn bei der Tour hier ist. Also ich habe auch den 49 Euro Deal gekriegt und war dann selber total so fasziniert davon, dass ich mir auch noch die anderen beiden angeschaut habe und da habe ich gesehen, wenn man alle drei gekauft hat, bekam man die für 99. Ja, Wahnsinn. Die anderen drei, was meinen wir? Die anderen zwei. Die anderen zwei, was meinen wir dann? Es gibt noch eine Augmented Strings, die auch sehr schön klingt und es gibt den... Voice. Augmented Voice, genau. Wobei, ich habe mir den angehört, ich hätte da jetzt keine Verwendung für, aber das ist halt sehr individuell, je nachdem, was man halt machen möchte. Also wie ich das angetestet habe, hatte ich sofort 20 neue Konzepte für irgendwelchen Blödsinn, den ich da produziere. Sofort sind mir Ideen in den Kopf geschossen. Ich dachte, du machst nur Drones. Ja, trotzdem. Sofort 20 neue Ideen fertig gehabt. Aber ich habe festgestellt, vor allen Dingen bei der Piano-Version, dass mein Rechner, zumindest unter Cubase als Sequenz oder als DAW, echt ins Straucheln kommt. Also bei manchen komme ich tatsächlich ins CPU-Limit. Liebe Zuhörer. Nee, ich wollte schon noch einen Satz verändern bringen. Bei Reaper interessanterweise nicht. Wie? Reaper ist wohl ein bisschen anspruchsloser, was die CPU-Leistung angeht. Moment mal, das musst du jetzt mal genauer erklären. Das ist interessant. Also wenn du die Augmented Piano in deiner DAW aufgemacht hast, in Reaper, dann hat er keine hohe CPU-Load gehabt. Ja, ich meine, das ging schon so ziemlich ans Limit aus. Aber der Ton war nicht abgehakt gewesen. Bei Cubase war bei jedem zweiten Preset, was dort war, dass der Ton spätestens, wenn ich von C auf ein E gewechselt habe, dass da halt, wenn dann halt mehrere Stimmen erklungen sind, dass da einfach die CPU ins Limit kam und dann halt der Ton sogar abgebrochen war. Du kennst das, dieses typische Geräusch. Liebe Zuhörer, wenn ihr dies hier hört und wenn jeder, der hier zuhört, fünf Euro spendet an Sascha, kann sich Sascha einen neuen Rechner kaufen. Sein Rechner ist nämlich, das darf ich jetzt mal verraten, von 2014. Es ist zwar ein für die damaligen Verhältnisse außerordentlich guter Prozessor, ein Intel i7, aber das Ding ist mittlerweile, das war, glaube ich, die vierte Generation, die Intel von dem i7 auf den Markt gebracht hat. Wir sind mittlerweile bei Generation 13. Also ihr könnt euch vorstellen, dass der Rechner von den Herren Raumwille dringend, ganz, ganz dringend ein Update braucht. In Form von, ja, Griff dran schrauben, wegschmeißen, neuen Rechner hinstellen. So ungefähr, ja. Deswegen nutzt bitte den, gibt es da einen Spendenbutton? Ich glaube, ja. Nutzt bitte den Spendenbutton. Jeder, der hier, wenn jeder zweite, der hier zuhört, nur fünf Euro spendet, dann ist der, dann ist der Rechner schon finanziert. Also wir sprechen ja hier quasi nur von Arbeitsspeicher, Memeboard und Prozessor. Der Rest ist ja alles da. So, und jetzt ich, ich mit meinem, mit meinem Angeberrechner. Ich habe mir ja meinen, ich habe ja meinen sieben Jahre alten Rechner ausgetauscht von einigen Monaten. Habe mir dann einen, den kleinsten, muss ich dazu allerdings sagen, den kleinsten iMac von Apple geholt mit M1 Prozessor. Und bei mir habe ich in Ableton Live, Version, was ist das? In Version 11, Standard, also keine Suite, ich habe nur die Standard Edition, vier Instanzen von dem Augmented Piano gestartet. und ich hatte eine Grundlast von 30, um die 30 bis 35 Prozent CPU-Auslastung. Und wenn ich da noch Spuren dazu gepackt habe, ist es nicht mehr geworden. Das mag jetzt entweder daran liegen, dass das Augmented Piano Multicore fähig ist oder das Hyperthreading bei deinem Intel funktioniert nicht mehr allzu gut mit dem verwendeten Betriebssystem. Welches Windows benutzt du? 10. Du benutzt Windows 10? In der aktuellsten Version. Du könntest es natürlich nochmal versuchen mit Windows 11, ob es dann sich vielleicht... Mein Rechner ist in keinster Weise irgendwie, irgendwo Windows 11 fähig, weil die haben da ja so super Anforderungen gemacht, die zum Erscheinen von Windows 11 noch nicht mal Rechner erfüllt haben, die zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt waren. Also das sind ganz wichtige, entscheidende Funktionen, die die Hardware liefern muss, damit Windows 11 überhaupt installierbar ist. Es sei denn, du besorgst dir eine spezielle Version, wo man das abgeschaltet hat, dann kann man es installieren, aber wirst dann halt schlecht mit Updates versorgt. Ja, das ist leider bei dieser Prozessor-Generation ... Ich bin sowieso immer neidisch, wenn ich höre, die Leute mit einem M1 Mac, wenn die die Projekte, die Podcast-Projekte rausrendern, haben die dann so 200-fache Geschwindigkeit, also die rendern dann vier Stunden Talks in acht Minuten raus. Ich bin bei ungefähr 2,8, 2,9-facher Geschwindigkeit, also kannst du dir vorstellen, in einer Stunde rendere ich ungefähr so in 20 Minuten raus. Ja, ich glaube, jetzt haben wir genügend Werbung gemacht, in eigener Sache. Also wie gesagt, klickt den Spendenbutton. Das wäre sehr nett. der dringend da eure Hilfe gebrauchen könnte. Und dann können wir, dann kann Sascha nämlich auch den ganzen anderen Content, den er so produziert, effizienter und noch mehr und noch schneller vielleicht. Richtig. Das Ganze hängt ja auch immer noch so ein bisschen mit, du brauchst ja auch noch Zeit zum Schneiden und so. Wir hatten das ja mal auseinandergenommen. Ja, wobei das Rendern tatsächlich genauso lange dauert wie das Schneiden. Das ist ein ziemlicher Zeitfresser. Nochmal ein komplett anderes Thema jetzt zum Abschluss. Ich habe mir die letzten Tage über mal so ein paar Videos angeschaut von dem Beringer TD3 und dem TD3 MO. Also dieser Maxed Out oder was das heißen soll. Modded. Modded Aus heißt das. Modded Out. Kannst du mir nochmal erklären, was der Unterschied ist, außer dass die da ein paar zusätzliche Schaltungen implementiert haben? Klingt jetzt die TD3 MO besser als die original, also nicht original, aber als die ursprüngliche TD3? Weil das ist ja doch auch ein erheblicher Preisunterschied. Also da streiten sich tatsächlich sogar die Geister drüber. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ich habe beide nicht in der Hand gehabt. Ich kenne nur halt die Videos. Ich wäre mit einer normalen Version zufrieden. Natürlich bietet dir die die moddete Version halt Entschuldigung, mehr Möglichkeiten, weil du halt extern Sachen einstreuen kannst oder auch nach draußen führen oder um selber nochmal ein bisschen patchen kannst. Ja. Ich weiß es nicht. Also dazu müsste ich beide mal eine Hand gehabt haben oder was zu sagen. Klar. Deswegen so auf deine Frage kann ich da jetzt nicht so direkt eingehen. Und im Vergleich zu dem Original gibt es da einen entscheidenden Unterschied oder sind ich sag mal ist sozusagen der Sound gegeben? Der Sound bei der Originalen ist ja prägment gegeben durch diesen Transistor, den sie da verbaut haben. Das Ding heißt ja Transistor Base. Ich habe ja mal selber eine gebaut. Habe ich das schon mal erzählt? Nein, hast du nicht. Also ich hatte vor etlichen Jahren vor meine Kinder geboren waren. Also das ist mindestens 15 Jahre her. Hatte ich mal mit einem Freund zusammen haben wir auf irgendeinem Forum haben wir uns solche Do-It-Yourself-Platinen bestellt. Und der Typ hatte dort halt einen kompletten 303-Nachbau erstellt. Hat die Platinen quasi geliefert. Und wir hatten uns dann er hat dann so Teile-Listen auch ins Internet gestellt. Und wir haben uns dann tatsächlich diese ganzen Bauteile selber sozusagen besorgt. Unter anderem tatsächlich dann es ist nicht nur ein Schnack tatsächlich in China bestellt über ich weiß gar nicht mehr gab es damals schon Alibaba? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Also irgendwie haben wir halt uns die ganzen Bauteile besorgt. Die waren nicht billig. Muss ich wirklich sagen. also da haben wir bestimmt so 200, 300 Euro haben wir da bestimmt insgesamt durch zwei geteilt. Kann ich mir aber vorstellen. Und dann haben wir auch tatsächlich dann uns immer so an Sessions getroffen nachmittags. Haben so ein bisschen Technomusik gehört. Und haben dann dabei gelötet. Eher eine halbe Stunde, ich eine halbe Stunde haben uns immer abgewechselt. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das war so ein kleines Sommerprojekt und die ist aber nie fertig geworden. Irgendwann haben wir die halbfertige Platine, die halbfertig zusammengelötete Platine samt Bauteilen dann bei ich glaube bei Ebay damals haben wir bei Ebay verscheuert. Aber da weißt du ja, dass der Sound hauptsächlich durch diesen Transistor zustande gekommen ist. Und je nachdem wie gut man halt den nachbaut oder halt emuliert, je nachdem wie man das halt macht, ist der Klang. Ich weiß nicht, wie gut die am Original herankommt, weil ich habe weder ein Original in meiner Hand gehabt noch die Dinger. Da muss man sich halt immer darauf verlassen, was andere sagen. Und andere sagen, man hört immer einen Unterschied. Also ich hatte mal eine ähm Wie heißt denn dieses Ding, was so aussieht wie eine Brothose? Äh, C64? Nein. Nein. Einen 303 Nachbau von Cyclon? Cyclon? Ja, das könnte sein. Ja. Den Cyclon hatte ich tatsächlich mal da zum Testen. Eine TT303 heißt sie. Die fand ich ganz lustig. Die klang auch schön knazig. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die soll ja klang nicht sehr nah am Original sein. Ich habe eine von MAN diese MB303 MK2 und die ist Die ist auch cool. Die hatte ich auch mal vor vielen Jahren. Die klingt sehr, sehr gut. Genau. Und die klingt mehr, weil die einfach ein paar mehr Möglichkeiten mehr hat. Da hast du die V2-Version. Die MK2, genau. Die MK2, ja. da muss man so sagen, die hat ja quasi das, was ist in der gemotteten Version von Beringer drin ist, hatte die schon so teilweise gehabt. Und du kannst dann so die Spannung einstellen, wo dann quasi so etwas an den Transistor passiert. Und also das ist extrem technisch, das braucht man nicht zu erklären mit so Steuerspannungen und Giterspannungen und so weiter. Auf jeden Fall kann man diese Spannung einstellen, wann der Transistor arbeitet und dann kannst du so kleine Abbritzelsounds machen. Also wenn du da drunter bleibst, dann gehen nur die Spitzen durch und dann ist das so ein bisschen abgebritzelt. Total witzig. Aber das Ding hat auch einen richtig schönen Filter, weil man das Ding auch als Filterbank benutzen kann. Nur mit der Besonderheit, man muss eine MIDI-Note reinschicken, damit quasi die Hüllenkurve getriggert wird, damit das Filter aufmacht. Als Accent dann. Genau, und so kannst du quasi gegatete Filter-Sounds machen. Ja, cool. Und das Ding ist komplett MIDI-steuerbar. Also wenn du einen Drehregler drehst, sendet das MIDI-Daten und empfängt die auch. Es gab mal eine Weile diese MB333 von MAM, MAM gab es tatsächlich noch mal als Neuauflage. Aber da war es ein Desktop. Genau, da war es eine Desktop-Version. Ab und zu findet man die tatsächlich noch mal in irgendwelchen kleinen Geschäften. Ist aber wieder MB33 und dann allerdings auch so für 188 Euro. Genau, und abgespeckter. Und abgespeckter. Und ja. Also das sind die einzigsten Begegnungen, die ich mit diesem typischen 303-Sound hatte. Ich hatte die MB33, die hatte ich mal in den Nullerjahren. Ich fand die Klangen sehr warm, sehr analog und sehr geil. Hat mir echt gut gefallen. Bloß da muss man natürlich einen vernünftigen Sequencer für haben. Weil das Ding, diese MAM MB33, die hat halt keinen Sequencer. Du hast nur die Klangerzeugung. Und das war damals war das tatsächlich ein Problem. Da gab es an Sequencern gab es halt nur entweder hat man hier eine Digital Auto Workstation gehabt. Aber so ein Hardwaregerät, wie es heutzutage halt gibt, das gab es damals nicht. Diese TT33, nee, stimmt nicht, TT303 von Cyclone, die fand ich auch nicht schlecht. ich fand sie nur schmerzhaft zu programmieren, was das Sequenzieren angeht. Ja, das ist aber beim Original ja genauso schlimm. Das stimmt. Deswegen zögere ich auch so ein bisschen bei diesem Behringer-Klonen zuzuschlagen. Weil du da, du hast da keine moderne Möglichkeit, eine Sequenz einzustellen. Das hast du bei dem Cyclone, kannst du das. Da gibt es einen etwas modernisierten Sequencer. Ich weiß gar nicht, ob Behringer da irgendwie einen Editor bietet, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und dann ist ja auch vor kurzem von der Firma Donner, das ist glaube ich irgendwie ein chinesischer Hersteller, der hat ja auch einen 303-artigen Klonen auf den Markt gebracht. Sieht so ein bisschen aus wie eine Computertastatur. Wir hatten vorhin das Thema bunte LEDs. Bunte LED beleuchtete Taster, das hat das Ding auch. hat wieder eine Hochglanz- Oberfläche. Es soll aber auch nicht schlecht klingen und ist mit unter 200 Euro jetzt auch nicht allzu teuer. Also es gibt mittlerweile 303-Klone, gibt es sehr viele und dann gibt es natürlich den von Roland, von Roland selber als Boutique-Version, die TB03. Das ist sozusagen die TB303 als virtuell analoge digitale Version neu aufgelegt, die aber dann nach Auskunft einiger Leute klanglich jetzt nicht so der große Bringer sein soll. Dafür funktionell haben sie die ein bisschen erweitert, ist eine kleine Effekteinheit mit drin, also ein Delay und Distortion ist mit drin. Sequencer-Modi gibt es halt den klassischen 303-Sequencer, es gibt aber auch eine modernere Version, wie man es halt von anderen Roland, moderneren Roland gerät. Ja, das ist auch, wenn du überlegst, wie die Entschädigungsgeschichte dieses Instrument war und der Eingabemöglichkeiten, war das natürlich zu deiner Zeit normal, aber heutzutage ist man was ganz anderes gewöhnt. Also ich ertappe mich immer dabei, dass ich mich immer frage, okay, für was will ich das jetzt eigentlich genau einsetzen? Ich finde diesen Klang so geil. Ich finde die Dinger können alle echt geil klingen. Wenn du eine richtig tolle Line hast, also da sind ja 16 Nonten in einem Viervierteltakt Gitter, wenn du das richtig toll hast und du bewegst dann den Filter und du hast ein bisschen Delay und ein bisschen Echo und ein bisschen Heil hinten dran, dann klingt das richtig geil, wenn das alles so in Tempo gesynkt ist und so, dann klingt das einfach geil und halt so alle paar Jahre kommt irgendwie so Assets-Sound mal wieder auf, weil das ist ja die Grundmusik darüber aus, dass das ja sehr bekannt ist, das Gerät, kommt alle Jahre wieder auf und dann denkst du dir so, oh ja, das ist schon toll und so, aber da dieses Original ja so pervers teuer ist, ja, kann ich verstehen, dass da nachbauten Ich habe irgendwann aufgehört, die Gebrauchpreise zu verfolgen, aber das Letzte, was ich weiß, ist, das ist eine 303, nur zum Vergleich, man kriegt von Behringer den Klon für 99 Euro in blau oder in rot oder in schwarz oder in gelb oder in, keine Ahnung. Ja, in gelb muss man noch dazu sagen, da gibt es noch diese spezielle Sache, der hat noch so einen schönen Asset-Smiley da drauf, das hat aber nur die gelbe Version. Das hat nur die gelbe Version, genau und die kostet halt um die 99 Euro, 129 ist glaube ich UVP, das ist jetzt ein No-Brainer, würde ich sagen, deswegen haben wahrscheinlich auch viele Leute sich das Teil geholt, aber du hast halt diesen klassischen Sequencer. Die echte, das Original, das Vintage-Gerät wird glaube ich mittlerweile so für 1500 bis 2500 Euro genutzt, wenn man dann welche findet in einem vernünftigen Zustand. Richtig. Deswegen kann ich es da verstehen, dass die Leute hingehen und sich dann halt so einen Klon grauen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht bereit 99 Euro für einen 303-Sound auszugeben. Ja. Was gibt es denn dann noch für Alternativen? Vielleicht gibt es ja noch eine Software, die man da nehmen könnte. Kennst du dich da aus? Ja, da gibt es einige, die wirklich sehr gut sind. Also abgesehen von Roland, die natürlich in ihren Cloud-Produkten selber was haben, gibt es Ja, die kostet 149 Euro, Entschuldigung, aber da kann ich mir auch gleich von Behringer den Klon holen. Ja, aber ist halt, wenn du diese Meet-Cloud machst oder das große Paket davon, dann ist das drinne. Ja, aber da zahlst du dich ja auch dann Ach, nee. Wie heißt denn jetzt die, es ist eine polnische Software-Schmiede, die macht das wirklich sehr gut. Also ich kenne eine Firma, die heißt Audio Realism. Ja, diese Physik. Früher hieß das. Die haben eine Baseline 3.3.0. Mhm. Das ist, glaube ich, eine schwedische Firma. Ja, es gibt aber auch noch die polnische. Das ist eine schwedische Firma. Aus Schweden kommt ja auch noch eine andere Firma, Propeller Heads. Die hatten mal eine Weide. Ein Produkt namens Rebirth. Das gibt es jetzt kostenlos, ne? Das gibt es jetzt kostenlos, läuft aber, glaube ich, nicht mehr auf aktuellen Rechnern. Oder man muss irgendwie so Emulation oder in den Emulationsmodus gehen. Genau, und dann kann man die vielleicht nochmal laden. Aber die ist halt all-in-one und ist auch, glaube ich, nicht von außen steuerbar mit MIDI oder so. Da hat man aber auch gleich eine 808 und eine 909 mit drin und zwei 303. Was du meinst, die polnische Firma, das ist die Physikon, heißen die, glaube ich. Ja, genau. Und die haben auch eine sehr gute, ne, nicht Physikon, Entschuldigung, Foskion, Foskion oder so ähnlich. Ja, ich kann es nicht auch. D16, D16. Genau, die hieß früher 303 so, und haben Ja, haben sie Stress bekommen mit Roland und Genau, weil die kurz da drauf haben, kurz da drauf haben die nämlich ihre eigene Produkte da rausgebracht in den Bereich und da haben die nämlich alle auf dem Markt abgemahnt. Genau. Ja, auf jeden Fall haben die diese D16 Gruppe hat halt merkwürdige Namen, aber das Ding klingt wirklich gut und hat so ein bisschen diesen Real-Touch. Ist aber auch nicht ganz günstig, ne? Also 119 Euro für das Plugin finde ich jetzt auch schon einen relativ hohen Preis, muss ich sagen. Wenn man das regelmäßig einsetzen möchte, dann ist das sicherlich okay, dann würde ich das auch ausgeben. Aber wie so immer in der Welt der Plugins, du hast immer wieder Deals. Also das beste Beispiel ist Waves. Ich glaube, es gibt keinen Monat, wo die nicht irgendwie 20 Plugins aus ihrer Kollektion in irgendwelchen Super Sales haben. Und das haben andere Firmen auch immer wieder. Was ich geil finde bei dem Foskyon, wie auch immer man das ausspricht, also bei dieser 303 Emulation von der D16 Group aus Polen, die haben dort einen richtig coolen Editor Richtig, das ist, du kannst den einmal so laufen lassen wie das Original, natürlich mit etwas schöneren Oberfläche, bisschen mehr Platz, aber du kannst auch in diesen tollen Editor reingehen und dann kannst du natürlich die Noten malen und musst das nicht so per Step Eingabe machen, weil das ist Krampf. Also wie gesagt, das ist 70er Jahre Technologie und das ist auch 70er Jahre Eingabe Technologie. Und wenn man das, das ist ja voll komplett MIDI-Steuerbar, wenn man das mit einem schicken neuen MIDI-Controller, den man sich geholt hat, kombiniert mit endlosen Encodern, den kann man das Ding auch einigermaßen hardware-technisch kontrollieren. Ja, das macht bei solchen Geräten, also solcher Software macht das besonders viel Spaß, weil das wichtig ist, weil diese Musik, die man damit macht, lebt davon, dass man die Regler bewegt. Genau. Ja, das ist übrigens ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Bleibt heute irgendwas von der Sendung übrig? Wir könnten, glaube ich, noch weitermachen, wir könnten auch noch weiter über den Mini-Freak sprechen, aber ich würde sagen, das Produkt Mini-Freak ist eine runde Sache, wenn man sich für so einen Synthesizer interessiert, kann man ihn sich anschauen, man hat damit im Prinzip alles, was man braucht oder es gibt von der Konkurrenz und das wäre so, dass der letzte Punkt Alternative zum Mini-Freak sehe ich und als stärkster Mitbewerber zum einen den Micro-Freak und mein persönlicher Favorit wäre tatsächlich ASM Hydra-Synth Hydra-Synth hat eine ganz, hat eine andere Herangehensweise, ist aber meiner Meinung nach noch vielfältiger einsetzbar. Du meinst den Explorer, ne, irgendwie? Ja, den gibt es in verschiedenen Versionen, den gibt es als kleine Version, als Explorer, da liegt er dann preislich identisch, bei 599 oder man nimmt die etwas größere Version mit als Desktop-Variante. Der Explorer, das Besondere an dem ist der Pulli-Aftertouch-Tastatur, der einzige Synthesizer am Markt, der Mini-Tasten hat mit Pulli-Aftertouch, hat kein anderes Gerät, ist ein Alleinstellungsmerkmal und die Synthese-Engine, die ist Wavetable-basiert teilweise und die haben aber dort durch ihre sogenannten Mutanten, ich sage einmal Mutanten, das heißt nicht Mutanten, Mutoren, Mutatoren, die man quasi wie so Modulationen aufbringen kann auf die Oszillatoren, kann man halt sehr, sehr, sehr unterschiedliche vielfältige Verschaltungsmöglichkeiten machen, weil die auch miteinander interagieren können und ein Spieltipp, YouTube, Sarah Bell Reed hat ein Video, wo sie einmal Sounddesign mit dem Hydrazine Explorer mal, das sollte man sich mal anschauen und dann sollte man sich dann nochmal vielleicht ein Mini-Freak-Video anschauen und dann nochmal überlegen, ob man den, wenn ich vielleicht doch beide haben möchte. Ansonsten 303, macht Musik. Genau, macht gerne einen Scheiß. Tschüss. Tschüss. Und Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe-Hall. Bis zum Ruhschnitt in Oder veröffentlichen bis zum Ruhschnitt in West bis zum Ruhjų Von Aus von